In diesem Video möchte ich mal erklären und auch wirklich zeigen, warum sich SEO in den allermeisten Nischen nicht mehr lohnt. Und nein, das ist kein Clickbait, sondern ein wirklich gut gemeinter Rat. Schau mal, ich habe selbst einen Großteil meines Traffics bis 2021 durch SEO bekommen. Auf meiner Seite anjoekögel.com zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hatte ich zu Hochzeiten im Jahr 2020 über 300.000 Besucher pro Monat. Mittlerweile habe ich aber nur noch K60.000 Besucher im Monat und viele davon kommen sogar über Ads. Doch obwohl ich 2020 fünfmal so viel Traffic hatte wie jetzt, verdiene ich jetzt drei bis viermal mehr. Alles in allem habe ich mit Online-Kursen über eine Million Euro verdient. Bleib also unbedingt bis zum Ende dabei, um zu erfahren, was besser funktioniert als SEO und worauf du dich wirklich fokussieren solltest. Gerade wenn du Solopreneur oder vielleicht auch Blogger bist und vielleicht auch wie ich digitale Produkte verkaufst. Lass uns aber erstmal die drei großen Probleme von SEO betrachten und schauen, warum SEO auf dem absteigenden Ast ist und in vielen Nischen einfach sich gar nicht mehr lohnt. Und falls du dich fragst, ja, die KI ist ein Problem davon, aber eben nicht nur. Dazu später mehr. Das erste Problem ist, dass Zeitkart 2020 immer mehr große Webseiten, Startups und Unternehmen SEO für sich entdeckt haben. Diese Unternehmen haben ein ganzes Team an Mitarbeitern, die jeden Tag fünf oder zehn SEO-Artikel schreiben und auch Backlinks aufbauen. Und ganz egal, wie gut du schreiben kannst und wie viele Backlinks du hast, du kannst nicht dauerhaft mit einer Agentur konkurrieren, die ein großes SEO-Team hat. Und klar, das Ganze hängt auch von deiner Nische ab, aber der Trend geht mehr und mehr in diese Richtung. Und lass mich dir mal ein ganz konkretes Beispiel zeigen. Positiv denken ist ein Keyword, für den ich lange Zeit auf Platz 1 bis 3 war. Und hier siehst du, im Januar 2021 hatte ich für das Keyword 6500 einzelne Seitenaufrufe. Im Juni 2023 hingegen hatte ich nur noch 275 Seitenaufrufe. Und lass uns mal ganz kurz schauen, warum das so ist. Ich bin auf google.de im Inkognito-Modus und gebe einfach mal das Keyword ein, positiv denken. Dafür war ich lange auf Platz 1 bis 3. Und wir schauen mal, geo.de ist irgendein sehr großes Magazin. Hier sieht man eben diese weiteren Fragen. Die werden alle, hier AOK, riesige Seite, klar. Und du siehst hier einfach, das wird alles schon von Google beantwortet. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, AOK auf Platz 2, das ist riesige Versicherungsagentur. IKK Classic ist, glaube ich, auch irgendwas in der Richtung. Meet Your Master ist ein Startup im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was ich eben vorher meinte, gibt es seit 2020. Karrierebibel, riesige Seite. Da habe ich früher einigermaßen mithalten können bei dem Keyword. M.O.I.K.L. ist Lutschbonbons, meine ich. Vielleicht, ja, korrigiere mich. Positiv denken, Wikipedia, Karriere.at, auch ein riesiges Magazin. Du siehst einfach, das sind alles riesige Seiten hier. Startups, Agenturen, Versicherungsagenturen. Und du siehst das Datum 2020, 2020, was ich eben vorher meinte. Der Trend ist seit 2020, der. Und ich werde jetzt mal runterschauen, scrollen, bis ich meine Seite finde. Hello Better ist auch ein Startup in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. So, Amazon. Alter Schwede, hat es mich hier rausgehauen. Und das ist übrigens nicht nur für dieses Keyword hier, sondern für die allermeisten, wo ich gerankt habe. Du siehst es, also Flowfinder ist mal eine Seite, die ist so ähnlich wie meine, aber die sind jetzt auch auf Platz 30 oder sowas, geschätzt nur. Und hier komme ich. Positiv denken lernen, fünf Tipps. 2019 steht hier, ich habe den Artikel schon früher geschrieben und habe ihn dann eben mit den Jahren immer mal wieder überarbeitet. Aber eben 2019 und auch 2020 war ich damit zwischen Platz 1 und 3. Der zweite Grund, warum sich SEO oftmals nicht mehr lohnt, ist Google selbst. Und lass mich das erklären. Google verdient Geld vor allem durch Werbeanzeigen. Und natürlich will Google, dass du so lange wie möglich auf ihrer Plattform bleibst, auf ihrer Seite. Was macht also Google schon seit Jahren? Bei vielen Keywords bieten sie dir eine Zusammenfassung an, sodass du gar nicht mehr auf die Seite selbst gehen musst. Oder du findest auch das Segment mit den ähnlich gestellten Fragen, was dir auch schon Google beantwortet. Ein Beispiel. Auch hier mal ein kleines Beispiel. Ich habe mir vor kurzem Kreatin gekauft und wollte wissen, wie viel Gramm Kreatin pro Tag, am Tag. So. Und du siehst sofort, ich bekomme hier schon eine ziemlich gute Antwort. Ich muss gar nicht mehr auf die Seite gehen. Klar, ich könnte draufklicken, wenn ich wirklich mehr Informationen will. Aber hier steht entweder 3 bis 5 Gramm täglich. Erforscht sind hauptsächlich 5 Gramm, aber 3 Gramm reichen meistens schon aus. Und das ist eben der Trend, den ich meine. Google versucht mehr und mehr auf ihrer eigenen Seite zu beantworten. Schau mal. Hier ist ein Snippet. Hier kommen die weiteren Fragen. Und ich muss runterscrollen, um den ersten Artikel zu finden, der wirklich dafür rankt. Klar, wenn jemand eine bessere oder auch tiefgehendere Antwort will, wird er immer noch auf den Beitrag klicken. Das stimmt. Aber zum einen ist es so, dass seit Jahren Google immer mehr auf der Suchseite beantwortet. Mit Snippets oder eben auch mit dem anderen Fragen-Segment. Zum anderen habe ich ein Gerücht gehört von jemand, der sich sehr gut auskennt. Der meinte, Google arbeitet eben daran, eine Art eigenes Chat-GBT zu erstellen. Das heißt, dass Google einfach auf seiner eigenen Seite so gut wie alle Fragen beantworten möchte. So, Stichwort Chat-GBT und KI. Denn das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Wie du wahrscheinlich weißt, kann die KI mittlerweile sehr viel. Und sie kann zum Beispiel auch schon relativ gute Artikel schreiben. Und wird darin immer besser und besser. Das heißt, manche sagen sogar voraus, dass in einigen Jahren KI bessere Bücher oder auch Filmskripte als Menschen schreiben wird. Auf jeden Fall ist es so, dass eine KI rund um die Uhr 365 Tage im Jahr SEO-Artikel schreiben kann. Und zwar durchoptimiert. Angeblich kann Google diese Artikel erkennen und rankt sie nicht so gut ein. Auf der anderen Seite kann man kleine Modifikationen an diesen KI-geschriebenen Artikel vornehmen. Und sie dadurch auch wieder ein bisschen menschlicher machen. Und für Google nicht mehr ganz so erkennbar. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass es mittlerweile schon ganze Webseiten gibt mit sehr viel SEO-Traffic. Wo alle Beiträge und alle Seiten auf dieser Seite selbst über eine KI erstellt wurden. Und diese Seiten ranken sehr gut und bekommen sehr viel Traffic. Und vielleicht denkst du dir gerade, naja, was soll's dann, nütze ich halt selbst KI für meine Seite. Klar, das kannst du machen. Aber das Problem ist per se ja nicht die KI, sondern einfach die Menge an Content, die es gibt. Wenn jeder unendlich viel Content erstellen kann auf Knopfdruck, wer soll das alles konsumieren? Vorher habe ich erklärt, dass SEO in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, weil es einfach so viele Firmen und Startups und Agenturen gibt, die Artikel ohne Ende rausballern. Aber jetzt wird das Ganze eben nochmal exponentiell mehr, es wird exponentiell mehr Content geben durch die KI. Und wie du sicherlich weißt, je mehr es von etwas gibt, desto mehr sinkt einfach der Wert. Das heißt, der reine Wert von Artikeln und Informationen, der sinkt immer weiter und weiter, weil die Menge einfach exponentiell wächst. Kommen wir zur wichtigen Frage. Was funktioniert besser als SEO und was ist auch die Zukunft in den nächsten Jahren von Content Marketing? Mit dem Aufstieg der KI und einer immer größeren Flut an Informationen gibt es einfach eine Sache, die in Zukunft immer wichtiger wird. Und zwar, dass du zu einer eigenen Marke wirst. Die Sache ist, jeder kann Tipps geben. Fünf Tipps, um abzunehmen, drei Tipps, um positiv zu denken, zehn Tipps, um dich selbst zu lieben. Und schon bald wird die KI zu den meisten Themen bessere Tipps geben als du und ich, weil sie einfach auf weltweit alle Informationen zugreifen kann. Das schafft kein Mensch. Und selbst wenn du mal Tipps gibst, die außergewöhnlich sind und besonders, wird es nicht lange dauern, bis sie jemand klaut und in seinem Namen veröffentlicht. Das ist nun mal die traurige Realität, in der wir leben. Was aber kein anderer kann, kein anderer Mensch, keine KI, ist so sein wie du. Keiner hat deine Geschichte, deine Persönlichkeit, deine Ansichten, deinen Humor, deinen Lifestyle. Und wenn du all diese Dinge richtig einsetzt, dann wirst du mehr und mehr zu einer Marke. Aber das ist mit SEO oder auch mit Artikeln selbst generell schwer, denn Text ist nun mal die unpersönlichste Art der Kommunikation. Klar, du kannst dich auch durch deinen Schreibstil von anderen abheben. Trotzdem steckt in einem Artikel weniger Persönlichkeit als in einem Podcast oder auch in einem Video. Du schaust dir ja auch dieses Video von mir an und lernst dadurch automatisch mich besser kennen. Du siehst, wie ich aussehe, du hörst meine Stimme, du bekommst einfach ein Gefühl für meine Persönlichkeit und meine Energie. Ob es dir gefällt oder nicht. Es ist persönlicher, als wenn du nur einen Artikel von mir durchliest. Und wenn du in den nächsten Jahren mit deiner Botschaft online mehr Menschen erreichen willst und damit auch wirklich Geld verdienen möchtest, musst du eben zu einer eigenen Marke werden. Und das geht mit einem Podcast oder mit Videos besser als mit Artikeln. Und wenn du erstmal eine Art Marke in deiner Nische bist, ist es auch nicht mehr wichtig, ob dein SEO funktioniert oder nicht. Wie gesagt, mein Traffic ist extrem eingebrochen und trotzdem konnte ich es sehr gut abfangen beziehungsweise mach jetzt drei bis vier Mal so viel Gewinn mit meinen automatisierten Online-Kursen wie damals. Wenn du also gerade erst anfängst, setze nicht auf SEO. Mein ganz großer Tipp. Und wenn der Traffic bei dir eingebrochen ist, schwenke um. So wie ich. Und selbst wenn dein Traffic gerade noch stabil ist, dein SEO-Traffic, würde ich trotzdem anfangen an deiner Marke zu arbeiten. Denn es ist gut möglich, dass dein SEO-Traffic früher oder später auch einbricht. Wie zum Beispiel bei mir. Und wenn es dir eben nicht nur um Traffic geht, sondern du online auch wirklich Geld verdienen willst, würde ich dir dazu raten, automatisierte Online-Kurse zu verkaufen. Denn die Gewinnspanne ist sehr hoch, der Kurs ist schnell erstellt und du kannst dir mit einer Art passives Einkommen aufbauen. Und wie das genau funktioniert, erfährst du in diesem Video von mir. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.